Also eins muss ich dir sagen, die Pause tut ganz gut. Das sag ich dir. Wir waren ja auch fleißig. Ja, mein Lieber schon. Johnny, ich bin so aufgeregt. Warum denn? Lass doch die Katze aus dem Sack. Komm bitte. Soll ich? Also, liebe Zuschauer zu Hause am Bildschirm. Am 18. November um 20.15 Uhr bei Ihrem Heim und Hof und Lieblingssender. Genau. Hier bei Melody TV gibt es Kilometer 330 live aus dem Bonanza um 20.15 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Und es gibt noch eine Wiederholung. Am Dienstag. Wir freuen uns noch einmal auf Sie. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.